It's you and I Yo, 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 liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Greedfall. Ich muss mal am Anfang da sagen, wieder, lasst doch gerne mal ein Like da, wenn ihr diese Aussicht auch einfach nur feiert. Ich find's herrlich. Diese Berg. Aber wie ihr seht, ich hab neue Klamotten an. Warum? Ja, wir wollen heute Mutter Kardinal beklauen, uns ihre geheime Unterwäsche-Schublade angucken, durch die Schlüpper stöbern, I don't know, was wir da jetzt wirklich suchen. Aber wir machen es jetzt einfach mal, das war der Wunsch von Petrus. Ich will bei ihm auch mal die Quest machen. Oh, schönen guten Tag. Noch wachen? Alter, verdammt, wie sieht denn das hier aus? Vor allen Dingen, warum ist das Bild hier schon wieder? Das ist überall, dieses Bild. Wer ist diese Frau? So, dann gucken wir doch mal, was steht hier denn? Das ist doch eindeutig nicht weiblich. Mutter Kardinal hat doch hier irgendeinen hohen Typen versteckt. Das ist ein Dienstbote. Eure Eminenz. Wir haben den Raum im Keller neu arrangiert, ganz wie ihr befohlen habt. Der Schaden, den die Gästen der Exzellenz angerichtet haben, war beträchtlich. Und wir mussten leider die stark verschmutzten Teppiche auswechseln. Ich hoffe, dass die neuen Teppiche nach eurem Geschmack sind. Ich habe mich wie immer darum gekümmert, dass der Schlüssel zum Raum auf eurem Schreibtisch liegt. Was ist da im Keller? Wo ist der Schreibtisch? falsch gelaufen? Ist unter dem Palast, unter Geschoss, unter Geschoss. Okay. Dann gehen wir mal nach unten. Und nur zum Beweis mit der Tussi, die hing doch hier vorhin auch irgendwo, ne? Ich laufe mal an der gleich auch nochmal vorbei. Wenn ihr fleißig so am Beten seid. Da. Da hängt sie auch schon wieder. Bin ich das? Kann ich eigentlich nicht. Da hängt sie auch schon wieder. Da auch. Also Greedfall, echt ein tolles Spiel. Aber ein bisschen mehr Mühe mit euren Bildern, hättet ihr euch schon geben können. Wenn im gleichen Raum das gleiche Bild hängt, ist das schon so ein bisschen, naja. Da hätten wir doch noch schnell 5, 6 erstellen können, dann würde das nicht mehr so auffallen. Äh, darum irgendwo, okay. Verkleidet ihr die Gruppe als Diener? Bequeme Weste. Wo kriege ich die denn? Okay, gibt's hier irgendwie Klamottenladen? Ist kein Klamottenladen, ne? Hafenamt. Geschäft des Geldverleihers. Ach, hier. Ich durch das Ausrufezeichen echt überhaupt nicht für voll genommen gerade. So, dann holen wir uns drei bequeme Westen. Können ja nicht so teuer sein. Uh, lecker Käse. Ach, halt doch den Sappi. Sehr ruhig. Arztmaske. Bequeme Westen. Bequeme Westen. So verschiedene. Doch, voll. Bequeme Weste aufgeklopft ist ein Handwerker, eine Handwerkerjacke. 47. Finde ich für so'n Müll. Ziemlich teuer. Halt den Sappi jetzt. Da war ich, Gott. Der Helm oder der Umhang, das fällt alles nicht auf. Liegt nur an der Weste. Also ein bisschen kacke, dass du nicht ein komplettes Kostüm dann kriegst oder so. Wär schon irgendwie cooler. Da sind wir mal ehrlich, solange ich die Haare so habe. Diesen Hut so habe. Umhang fette Eisenhandschuhe. Ich würde jetzt behaupten, auch wenn er mich eben nur kurz gesehen hat, erkennt er mich eigentlich wieder. Das kann die Weste nicht verhindern. Ja, wie viele Leute. Äh. Ich würde erstmal gehen gucken. Das für kleine Kerkerchen. Kann natürlich auch irgendwas sein zum Einlagern. So, was hat sie jetzt hier unten? Hm. Ich wusste nicht, dass du ein Experte auf dem Thema war, Vater. Das Thema von Jewellery? Nein, von Kortesanen. Halt noch so ein guten Ding. Locked. Für uns gibt es nichts Verschlossenes. So, wir ziehen uns aber natürlich wieder um, ne? Aha, das ist hier Schreibtisch. Das Geschäftsbuch der Mutter Kardinal Cornelia. Naja. Dieses Geschäftsbuch listet viele Darlehen auf, die von einem Geldverleiher mit dem Namen Die Älster vergeben wurden. Für jede Ausgabe gibt es eine entsprechende eingehende Geldsumme. Diese vollständig ausgleicht. Die Summen sind unglaublich hoch. Es wird jedoch nicht erwähnt, woher dieses Geld kommt. Es gibt auch viele wiederkehrende Auszahlungen an einen gewissen Zuckerstange. Das Dokument ist sehr wichtig. Wenn du es aufhörst, kannst du viel lernen. Die Mutter Kardinal verabschiedet, dass sie großartige Geld von einem Geldverleiher verwendet. Eigentlich enormes Geld. Was mehr, sie macht das ziemlich regelmäßig. Wie hat sie das alles gemacht? Hm. Hm. Und der Name Candycane verbreitet mehrere Mal. Ganz schuldig, nicht wahr? Diese süße Person muss ihr große Vorteile machen, um diese Summen zu bekommen. Lass uns noch ein bisschen mehr rumsehen. Wir können noch etwas anderes finden. Dann haben wir hier eine Flasche Wein. Hilfe! Nein, mein Kind. Diese Dinge sind in bestimmten Zirkels, sogar in Teleme, unfortunately. Cornelia may wohl haben diese Dinge für andere. Diese Partei könnten sich in einem politischen Vorteil zu bekommen. Wir müssen wissen, wer beteiligt ist, und lernen mehr. Die Ehring, die wir gefunden haben, kann uns helfen. Wir können uns fragen, ob es zu einer Prostitut befinden. Wir sollten auch folgen von diesem Dokument, mein Kind. Der Geldländer kann uns Informationen über den übrigen Candycane geben. Wir sollten auch den Manager des Tavernes überprüfen. Er wird sicherlich Informationen geben, um uns zu geben. Oder um uns zu verkaufen. Der andere ist doch da vorne irgendwo. Wir fangen jetzt mit der Prostituierten schnell an. Schnell ist natürlich in diesem Spiel sehr relativ. Wäre ja schön, wenn hier mal was schnell gehen würde. Alle unsere Produkte sind... Ach, ich komme da auch hin, okay. Jetzt habe ich schon gedacht, ich komme da überhaupt nicht hin. Aber wo ich dann... Was ist mit dir los? Hey! Okay. Alles gut. Okay. Warum sitzt sie auf dem Boden? So. Dann gucken wir doch mal. Wo ist sie denn? Muss ich die jetzt auch bestechen? Ich bin hier für etwas anderes. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Wenn du möchtest. Was würdest du wissen? Das ist ein wichtiger Grund. Das ist ein wichtiger Grund. Das ist ein wichtiger Grund. Das stimmt. Das stimmt. Die Rechte lieben sich nicht zu verabschieden. Unter mir immortals. Und hast du nie jemanden aus dem Palace? Ja. Das ist passiert. Das sind sie. Und wer place diese Orders? Ein Steuern, natürlich. Nichts wie Dinge funktionieren? Eine Frau? Dressant in eine lange, greenen Kleuk? Nein. Der Steuern ist eher discreit. Auf der anderen Seite. Die Person in der großen, grünen Kleuk? Der Steuern spricht manchmal zu ihr. Sie kennen sich alle zusammen. Sie arbeiten zusammen. Okay. Kennst du Zuckerstange? Was kannst du mir über einen bestimmten Candy Cane erzählen? Candy Cane? Jeder spricht über ihn oder hört über ihn, aber niemand kennt ihn wirklich. Und was sagen sie über ihn? Hier? Nichts. Du musst nach unten gehen, um das so etwas zu gehen. Zu den Spielraum und zum Brotel? Ja. Das ist mehr der typische Ort, wo sie über ihn sprechen würden. Okay. Ich muss gehen. Alles in deinem Leben. Alles in deinem Leben. Willkommen. 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 Nach Zuckerstangefragen. Willkommen. 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 Okay. 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 Was für Betten? Wenn ich hier unten noch bin. Oh, du siehst ja lustig aus. Hallöchen. Hallöchen. Adligen. 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 Ich spreche. Na hallo. Okay. Wir sprechen einfach mal mit ihm. Wir lassen mal Petrus eingreifen. Ah, okay. Ähm. Ja, dann bezahlen wir mal. So einen Typen brauchen wir eigentlich nicht, wenn dann brauchen wir nur Mädel, ne? Es ist mir. Ich habe es verloren. Ich habe es verloren. Wie hast du es bekommen? Hast du sicher, dass du das Thema hier verbrechen willst? Du bist richtig. Komm mit mir. Na ja? Was willst du? Warum hast du mir zurückgebracht? Du weißt, wo wir es gefunden haben, nicht? Obviamente. Ich habe es herausgefunden, als ich zurückgebracht habe, dass ich es verloren habe. Ich denke, dass dein Pimp nicht weiß, dass du in diesen Partys teilgenommen hast. Er ist nicht in das alles. Nein. Nimm nichts zu ihm. Ich bedanke dich. Er ist auf meinem Fall genug, wie es ist. Dann sage ich, dass du meine Fragen beantworten möchtest. Was würdest du wissen? Alles eigentlich, ne? Nach den Teilnehmern der Feierfragen. Kannst du uns erzählen, wer du in den Partys gesehen hast? Riche Leute. Oder besser. Sie sind sehr rich und wichtig für mich. Aber ich weiß sie nicht. Okay. Weißt du, wer der Veranstalter ist? Weißt du, wer diese Partys organisiert? Nicht wirklich, nein. Ein Stewarder betrifft mich, wenn ich gehe. Aber ich sehe keinen anderen. Außerhalb von den Kunden. Du kannst mir sogar einen einzigen Namen geben? Nein. Die einzige Person, die manchmal zu diesem Stewarden spricht, ist eine Frau, die immer eine grüne Karte hat. Sie nimmt niemals teilzunehmen. Aber der Stewarder rutscht, wenn sie kommt. Äh, war die Mutter Cardinal da? Irgendwie? Ja. Eine wichtigste Person von Teilhäme könnte in diesen Soirees sein 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 sein. Du denkst auf Mutter Cardinal, nicht wahr? Du glaubst wirklich, dass wir ein paar Degenererinnen sind. Du bist gar nicht ein besonderes Beispiel von Vertu, mein Kind. Nur Antwort auf unsere Fragen. Entschuldigung, Vater. Ich weiß nicht die Mutter Cardinal. Aber ich wundere mich, dass sie in dem. Du glaubst nicht, dass du sie kennenzulierst? Und du glaubst nicht, dass du sie verletzt hast? Wir versuchen mal Charisma. Du musst mehr wissen, als du aufhörst. Es ist praktisch unmöglich, nicht jemanden zu erkennen, während du so nah zu diesen influentischen Menschen bist. Würdest du das? Na ja, ich konnte jemanden zu erkennen. Auch mit einer Maske, bin ich gut, meine Kunden zu erkennen. Bitte, weiter. Ich bin alle Hörer. Ich will nicht, dass jemanden zu beeinflussen. Aber er ist keine wirkliche Wichtigkeit. Und du hast wahrscheinlich nie von ihm gehört. Es ist der lokalen Geldländer. Ich weiß sehr gut, wer du anrufst, mein Lieber. Aber ich habe nichts zu dir gesagt. Das bleibt zwischen uns. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Über Zuckerstange. Du kennst jemanden, der mit dem Namen Candy Cane geht? Jeder macht das. Er ist eine körperliche Person. Also sein Name macht die Runde. Hast du ihn noch nie gesehen, bei diesen... ...Pleasure-Partien? In all honesty. Ich hätte ihn nicht mehr können. Ich habe ihn vorher schon gehört. Aber das ist alles. Okay. Über die Frau im grünen Mantel. Könntest du mir über sie erzählen? Sie schützt immer ihr Gesicht. Und sie uns nicht mit uns. Dann ist sie in ein kleines Office und lockt die Tür. Ich verstehe. Sie ist dann ziemlich wichtig. Danke für deine Hilfe. Sei sicher nicht, das zu niemanden zu nennen. Ich würde meine Kunden verlieren, wenn sie mich über sie verstanden hätten. Sie wissen. Okay. Also es hört sich ja doch danach an, dass... Mutter Kardinal, ne? ...die vielleicht im grünen Kleid ist. Die nicht teilnimmt, aber ins Büro dahinter geht. Was der E-Büro ist. Da waren wir ja nun schon, ne? Was, wen habe ich denn da noch zum Quatschen drin? Frage den Wirt. Hab ich doch. Und den muss ich echt bei ihm auch nochmal? Kann ich dich holen? Schau, wer es ist. Ich fühle, dass du wieder einmal nicht hier bist. Nein, ich bin nicht hier zum Dringen. Okay. 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 Gut. Dann haben wir das auch. Dann den Geldeintreiber. Machen wir das noch die Folge? Durch den Cut weiß ich jetzt nicht, wie lange die ersten Teil war. Den machen wir noch und dann... Das kriegen wir auch noch hin. Ach, der ist schon wieder unten. Äh, wo geht's nach unten? Oben. 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 Da war eben aufpassen können, ne? Der Weg das war. Wieder nicht. War doch richtig rechts. Rechts, links. So. Äh, hier hinter? All so'n Zeug, ne? Du nicht, du nicht, du nicht, du nicht. Hier auch einer nicht. Doch. Er wieder. Guten Tag. Willkommen. Willkommen. Willkommen, um zu kämpfen? Um zu kämpfen? Muss ich jetzt doch noch machen? Ich schaue jemanden. Eine Frau, die einen großen, grünen Coat hat. Ja, ich weiß, wer du meinst. Sie ist ein guter Klient. Sie kommt in, besonders für die großen Kämpfe. Und sie hat prime Informationen. Weißt du, wo ich sie finden kann? Nein. Ich weiß nicht sogar einen Namen. Sie würde nicht passieren, dass sie zurückkommen, um ein paar Gewinnerungen zu bekommen. Würde sie? Nein. Ich kann nicht wirklich sagen, wann sie nächstes sein wird. Ich muss gehen. Nächste Mal, dann. und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.